Die Welt ist ein sehr gefährlicher Ort. Während die Staaten und Gebiete der ehemaligen Sowjetunion immer weiter im Chaos versinken, nehmen Gewalt und Terror zu. Es herrscht Krieg im Balkan, im Nahen Osten und in einem Dutzend anderer Gebiete auf der ganzen Welt. Die westlichen demokratischen Staaten versuchen verzweifelt, das übermächtig werdende Chaos jenseits ihrer Grenzen zu halten. Am vorderster Front dieses irrsinnigen Krieges kämpft die Antiterror-Spezialeinheit mit dem Codenamen Rainbow. Von Basen an beiden Küsten des Atlantik aus können die Rainbow-Spezialeinheiten überall auf der Welt ohne Verzögerung zuschlagen. Obwohl die Organisation geheim ist, hat sie mit ihren mutigen und blitzschnellen Aktionen Millionen von Menschenleben gerettet. Doch im Osten lauert ein neuer Gegner. Ein Gegner, der mächtiger ist als alle, die Rainbow je bekämpft hat. Ein Gegner, der in der Lage ist, jederzeit und überall zuzuschlagen. Und der nur seinem Hass und seinem Ehrgeiz folgt. Ein Gegner, der die von der Menschheit am meisten gefürchtete Waffe besitzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017